Nach dem Fall der Berliner Mauer im Jahr 1989 und der darauf folgenden Wiedervereinigung Deutschlands im Jahr 1990 veränderte sich das politische Gefüge der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik drastisch. Viele der politischen Größen der DDR, die einst maßgebliche Rollen in der sozialistischen Regierung und Gesellschaft spielten, sahen sich mit einer neuen Realität konfrontiert. Einige fanden sich in der neuen demokratischen Ordnung wieder, während andere sich vor Gericht verantworten mussten. Diese Transformation der politischen Landschaft bot ein breites Spektrum an Schicksalen für die einstigen Führungspersonen der DDR. In diesem Video werden wir einen Blick darauf werfen, was aus einigen dieser politischen Größen wurde. Erich Mielke in Berlin geboren, wurde früh in kommunistische Kreise involviert. Er trat mit 14 Jahren dem Kommunistischen Jugendverband bei und wurde später Mitglied der KPD. In den 1930er Jahren war er in gewaltsame Auseinandersetzungen verwickelt und er erschoss zwei Polizisten. Um der Justiz zu entkommen, ging er mit der Unterstützung der KPD in die Sowjetunion. Dort erhielt er eine ideologische Ausbildung und war im Spanischen Bürgerkrieg tätig. Nach Kriegsende meldet sich Mielke im Juni 1945 bei seiner Partei in Berlin und übernahm die Leitung der Polizeiinspektion Berlin-Lichtenberg. Ab Mai 1949 war er maßgeblich am Aufbau der Hauptverwaltung zum Schutz der Volkswirtschaft, dem Vorläufer des Ministeriums für Staatssicherheit, beteiligt. Mit der Gründung der MFS im Februar 1950 wurde er stellvertretender Leiter und im November 1957 übernahm er das Amt des Ministers für Staatssicherheit von seinem Vorgänger Ernst Wohlweber. Mielke begleitete den Ministerposten bis zu seinem Rücktritt am 7. November 1989. Als dienstältester Minister der DDR mit über 32 Jahren Amtszeit weitete er das Ministerium für Staatssicherheit erheblich aus. Zu Beginn seiner Amtszeit hatte das Ministerium für Staatssicherheit 1957 etwa 14.000 hauptamtliche Mitarbeiter, während es unter seiner Führung 1989 fast 90.000 Mitarbeiter zählte. Nach seinem Ausschluss aus der SED im Dezember 1989 wurde Mielke vier Tage später festgenommen und in Untersuchungshaft gesteckt. Er verbrachte etwa einen Monat im Gefängnis Hohenschönhausen, bevor er aufgrund ärztlich festgestellter Haftunfähigkeit freigelassen wurde. Später wurde er erneut festgenommen und mehrmals in verschiedenen Gefängnissen, darunter Rummelsburg, Plötzensee und der JVA Moabit inhaftiert. Die Anschuldigungen umfassten Anfangsverbrechen gegen die Menschlichkeit und Rechtsbeugung. Besondere Aufmerksamkeit erhielt der Mordanschlag auf dem Bülow-Platz im Jahr 1931. Im Oktober 1993 im Alter von 85 Jahren wurde Mielke wegen dieser Morde zu einer sechsjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Er wurde Ende 1995 im Alter von 88 Jahren vorzeitig auf Bewährung entlassen, nachdem er etwa zwei Drittel seiner Strafe verbüßt hatte. Gemeinsam mit seiner Frau Gertrud zog der ältere Herr in den Berliner Bezirk Hohenschönhausen und blieb fortan weitgehend zurückgezogen. Am 22. Mai 2000 verstarb Mielke im Alter von 93 Jahren in einem Pflegeheim in Berlin. Seine letzte Ruhestätte befindet sich auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde, wo er in einem anonymen Urnengrab beigesetzt wurde. Heinz Kessler war eine bedeutende Figur in der DDR. Er wurde 1920 geboren und schloss sich während des Zweiten Weltkrieges der Wehrmacht an. Nach dem Krieg trat er der KPT bei und war in der Nationalen Volksarmee der DDR tätig. Kessler stieg schnell in der Armee auf und wurde schließlich Minister für nationale Verteidigung der DDR. Diese Position behielt er von 1985 bis zum Fall der Mauer 1989 inne. Am 17. November 1989 trat Kessler zurück und wurde aus der Nationalen Volksarmee entlassen. Später, am 20. Januar 1990, wurde er von der SED-PDS ausgeschlossen, weil man ihm vorwarf, eine antisowjetische Haltung einzunehmen. Gemeint war jedoch, dass er gegen Gorbatschows Reformprogramm war. Am 24. Januar 1990 wurde Kessler unter dem Vorwurf festgenommen, für eine Verschwendung von Volksvermögen in Höhe von 80.000 Mark verantwortlich zu sein. In seinen Memoiren erwähnte er, dass ihm gesagt wurde, dass das Verteidigungsministerium wie andere Ministerien auch finanzielle Unregelmäßigkeiten aufwies. Er selbst hatte sich jedoch nicht darum gekümmert, da ihn das nicht interessiert hatte. Dennoch übernahm er die Verantwortung für die Verschwendung. Bis April 1990 blieb er in Haft in der ehemaligen Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen. Wie andere führende Politiker der DDR bestritt Kessler vehement die Existenz eines Schießbefehls an der innerdeutschen Grenze. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit vom 30. September 1988 betonte er, dass es niemals einen solchen Befehl gegeben habe und auch zu diesem Zeitpunkt nicht existiere. Nach dem Zusammenbruch der DDR musste sich Kessler ab November 1992 gemeinsam mit ehemaligen Parteiführern und Mitgliedern des Nationalen Verteidigungsrates vor Gericht verantworten, weil sie für diesen Befehl verantwortlich gemacht wurden. Dafür saß er von 1991 bis 1992 in Untersuchungshaft. Am 16. September 1993 wurde er in den Prozessen wegen Anstiftung zum Totschlag zu einer siebeneinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof bestätigte am 26. Juli 1994 das Urteil, klassifizierte Kessler jedoch als mittelbaren Täter des Totschlags. Aus gesundheitlichen Gründen wurde er im Frühjahr 1998 aus dem Gefängnis Hackenfelde in Berlin auf Bewährung entlassen. Auch nach der Wiedervereinigung Deutschlands verteidigte er weiterhin die Regierung der SED. Im Jahr 2009 trat er der DKP bei. Bis zu seinem Tod blieb er eng mit den ehemaligen Kadern und Funktionären der DDR verbunden, die sich gegenseitigen Vereinen und Veröffentlichungen ehrten. Bei der Berliner Abgeordnetenauswahl im Jahr 2011 kandidierte er erfolglos auf der Liste der DKP. Heinz Kessler lebte mit seiner Frau Ruth bis zu ihrem Tod im Berliner Bezirk Lichtenberg. Zuletzt befand er sich in einer katholischen Pflegeeinrichtung in Berlin-Karlshorst bis zu seinem Tod am 2. Mai 2017. Die Urne von Heinz Kessler wurde neben seiner verstorbenen Frau auf dem Berliner Friedhof Baumschulenweg beigesetzt. Markus Wolf war ein hochrangiger Offizier im Ministerium für Staatssicherheit der Deutschen Demokratischen Republik, besser bekannt als die Stasi. Wolf war insbesondere für seine Rolle als Leiter der Hauptverwaltung Aufklärung verantwortlich, dem Auslandsgeheimdienst der Stasi. In seiner Funktion als Leiter der HVA spielte Wolf eine entscheidende Rolle bei der Durchführung von Spionageaktivitäten im Westen, insbesondere während des Kalten Krieges. Er war dafür bekannt, westliche Geheimdienste erfolgreich zu infiltrieren und Spionenschlüsselpositionen zu platzieren. Seine Methoden und Fähigkeiten trugen dazu bei, dass die DDR Informationen über westliche Regierungen und Militäreinrichtungen sammeln konnte. Am 27. September 1990, kurz vor der Wiedervereinigung, flog Markus Wolf mit seinem Sohn Franz aus erster Ehe, seiner Frau Andrea und seinem Schwiegervater mithilfe echter Pässe über die Grenze der DDR in die Tschechoslowakei. An der Grenze wechselte er von seinem Volvo in einen alten Lada. Ihr erstes Versteck war eine Ferienwohnung in Kitzbühel, Österreich, die ihnen von ihrem Freund Heinrich von Einsiedel zur Verfügung gestellt worden war. Wolf nutzte dann seine früheren Verbindungen zum sowjetischen Geheimdienst und ein Kurier des KGB half ihm und seiner Frau, von Österreich nach Ungarn zu gelangen und von dort aus mit dem Flugzeug nach Moskau zu reisen. Sie verbrachten ein Jahr im Exil, bis auch die Sowjetunion nach dem gescheiterten August-Putsch gegen Michael Gorbatschow zusammenbrach. Im September 1991 suchte Markus Wolf erneut Schutz in Österreich und stellte dort einen Antrag auf politisches Asyl. Dieser wurde jedoch abgelehnt. Nach fast einem Jahr im Exil kehrte er zusammen mit seiner Frau auf Rat ihrer Anwälte nach Deutschland zurück, um sich den deutschen Bundesbehörden zu stellen. Bundesanwalt Joachim Lampe nahm ihn direkt am Grenzübergang in Gewahrsam, während Johann Schwentz seine Verteidigung übernahm. Etwa zwei Jahre nach seiner Festnahme begann im Mai 1993 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf ein vielbetrachteter Prozess gegen Wolf, bei dem er des Landesverrats und der Bestechung angeklagt wurde. Das Gericht folgte der Anklage und verurteilte Wolf zu sechs Jahren Gefängnis, obwohl er aufgrund seines Alters von 70 Jahren nicht in Haft musste. Zwei Jahre später traf das Bundesverfassungsgericht eine Grundsatzentscheidung. Mitarbeiter der HVA, die in der DDR gelebt hatten, wurden nicht mehr strafrechtlich verfolgt. Obwohl der Tatbestand der Spionage erfüllt war, bestand aufgrund der Verhältnismäßigkeit der strafrechtlichen Maßnahmen im Zuge der Deutschen Vereinigung ein Verfahrenshindernis für die MFS-Mitarbeiter, die von DDR-Territorium ausgehandelt hatten. Das Urteil gegen Wolf wurde also aufgehoben. Im Jahr 1996 beantragte Wolf ein Visum für die Vereinigten Staaten, um bei der Veröffentlichung seiner Memoiren im Verlag Random House anwesend zu sein und um seinen Halbbruder Lukas zu besuchen, den er seit den 1930er Jahren nicht mehr gesehen hatte. Das Visum wurde mit der Begründung abgelehnt, er habe eine terroristische Vergangenheit und sei ein unverbesserlicher Kommunist. Im Jahr 1997 wurde Markus Wolf erneut verurteilt, diesmal zu einer zweijährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung, wegen Freiheitsberaubung, Nötigung und Körperverletzung in vier Fällen. Ebenfalls in diesem Jahr wurde er aufgrund seiner Weigerung im Spionageprozess gegen den SPD-Politiker Paul Gerhard Fleming auszusagen, zu drei Tagen beughaft verurteilt. Zum Ende seines Lebens lebte Wolf in Berlin und verstarb im Alter von 83 Jahren in der Nacht zum 9. November 2006. Seine Urne wurde am 25. November auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfeld in Berlin beigesetzt. Falls dir das Video gefallen hat und du keines meiner weiteren Videos verpassen möchtest, dann lass doch gerne ein Abo da. Wenn du jetzt noch wissen möchtest, was aus den Witwen der Top-Nazis wurde, dann klicke auf das eingeblendete Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!